Wassup, meine Freunde, ich bin's Brali und wie ihr seht bin ich angezogen und ich gleich weg muss, deswegen mach ich das schnell. Und zwar haben mich ganz viele Leute gefragt, ob ich mir eine alte Kamera verschenken könnte, jetzt wo ich mir eine neue hab. Und ich dachte mir, klar, wieso nicht? Nach Ewigkeiten endlich wieder ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr diese alte JVC-Kamera gewinnen, mit der ich meine alten iBlali-Videos aufgenommen hab, unter anderem Minecraft, eine Sucht, Counter-Strike und Hikein vs. Retro. So sieht das Ganze aus, wenn man mit der Kamera einfach nur aufnimmt. Also sie hat schon einiges auf dem Buckel und ist ein bisschen älter, aber die Video-Qualität ist trotzdem sehr gut und die Sound-Qualität ist einfach nur der Hammer. Die Sound-Qualität davon ist sogar noch viel besser als von meiner zweiten Kamera, deswegen musste ich immer separat aufnehmen und den Ton davon entnehmen, das war voll die Arbeit. Aber jetzt brauch ich das nicht mehr, weil meine neue Kamera das auch kann und ich schenke euch meine alte. Es gibt jedoch drei Bedingungen, um bei dem Gewinnspiel mitmachen zu dürfen. Die erste Bedingung ist, da das logischerweise ein Gewinnspiel für meine Abonnenten ist, müsst ihr Abonnent sein. Wenn ihr die Kamera unbedingt haben wollt und mich immer noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es meinetwegen jetzt tun. Zweitens, ihr müsst unten in den Kommentaren schreiben, was ihr mit der Kamera anstellen wollt und versucht kreativ zu sein. Und nicht sowas wie, ich brauch die Kamera unbedingt, um ein How-to-Destroy-Video zu drehen. Ja klar. Und die dritte Bedingung ist, ihr müsst das Video favorisiert haben, damit ich sehen kann, dass ihr es ernst meint. Also ich werde mir Kommentare durchlesen und wenn da Kommentare sind, die mir gefallen, dann gehe ich auf deren Profil und sehe, aha, okay, er hat das Video favorisiert. Er meint es ernst, er hat gute Chance. Also Abonnent sein, das Video favorisieren und in den Kommentaren schreiben, was ihr mit der Kamera anstellen wollt. Dann habt ihr eine gute Chance, diese Kamera hier, die ich by the way auch signieren werde, zu erhalten. Ich werde dazu wieder ein Video machen, wo ich mir die 10 besten Kompare rauspicke und dann einfach mal loslose mit dem Generator. Loslose. Also macht auf jeden Fall mit und in den nächsten Tagen gibt es mir da ein Bladi, also freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.